Hallo, mein Name ist Jan Bonny. Ich komme aus Köln. Ich bin hier in München mit einem Polizeiruf, auch aus München, mit dem Titel Der Todmachtengel aus uns allen. Das Drehbuch hat Günter Schütter geschrieben und das Spiel mit Matthias Brandlers, Altinger, Anna-Maria Sturm und einem Schwung anderer Leute. Es ist ein interessanter Film über Polizeigewalt, über Außenseiterexistenzen, männliche vor allem. Und den widrigen Umstand im Leben, dass jede Entscheidung für etwas, auch meine Entscheidung gegen etwas ist und die Tragödien, die daraus erwachsen können. Und der Film läuft morgen am 4. Juli am 19.30 Uhr in München und am 14. Juli um 20.15 Uhr in der ARD.